Wen rufen wir dazu? Den Herrn der Unordnung! Hast du Grace gesehen? Grace! 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 Gracie. Wir müssen die Polizei ihre Arbeit machen lassen. Sie bringen ihre Kleine in Nullkummernix zurück. Vor zwei Tagen ist meine Tochter Grace verschwunden. Ihr Gott hat ihre Tochter nicht. Wer hat meine Tochter entführt? Wir vertreiben ihn jedes Jahr aufs Neue. Er steht in den Feldern und wartet. Wer steht in den Feldern und wartet? Grace. Kein Dämon hat unsere Kinder entführt. Die Menschen hier sind krank. Hast du Angst, Vikarin? Er ist hier. Und dafür gibt er uns große Wunder. Zeit, dass wir das Chaos genießen! Ich weiß, dass du unsere Kleine wiederfinden wirst. Das ist die Art, wie wir lieben! Das vierte Zeichen ist zu sehen, wenn die Mitternachtssonne aufgeht. Nein! Dann werden sie seine Größe sehen. Dann werden sie seine Größe sehen. Was ist das drauf? Das ist ja für die Mitternachtungsverteile. Untertitelung des ZDF, 2020